Ich bitte euch auch echt einfach auf den ersten Link der Beschreibung zu klicken und diese Umfrage auszufüllen. Das dauert eine Sekunde und dann wissen wir, was ihr sehen wollt. 3, 2, 1, go! Hey Leute und willkommen zu diesem kleinen Video. Und nein, es ist kein Minecraft BadRoss Video, obwohl das langsam mal wieder fällig wäre. Ich wollte euch nur ein kleines Infovideo machen, weil wir heute gelandet sind. Also wir sind heute zurückgekommen aus New York, sind jetzt wieder zu Hause in Deutschland. Und ja, ich dachte, ich mache euch das kleine Infovideo einfach, um euch so ein bisschen zu sagen, was abgeht. Also das Ganze wird so laufen, ab morgen, spätestens aber ab übermorgen gibt es wieder täglich BadRoss Videos. Ich werde mal heute Abend Tobi und Flori schnappen und ein bisschen aufnehmen, auch alleine vielleicht. Aber auf jeden Fall mit Tobi und Flori, das will ich wieder mehr machen, weil der Kanal ja uns dreien gehört natürlich. Und die beiden machen auch was, also da ist schon ziemlich viel in Planung. Jedoch brauchen wir euch auch ein bisschen, was auch eigentlich der Grund dieses Infovideos ist. Weil ich habe in der Beschreibung, der oberste Link hier, das ist eine Umfrage und ich bitte euch alle einfach mal darauf zu gehen. Das Thema der Umfrage ist nämlich, welches Minecraft Projekt wir starten sollen. Weil ich denke, BadRoss, immer nur BadRoss wird langsam ein bisschen langweilig und deswegen wollen wir ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ja, ich habe euch da drei Sachen zur Auswahl gestellt. Entweder so ein Minecraft-Varo-ähnliches Projekt, das heißt einfach YouTuber-Teams, die gegeneinander kämpfen, wie Survival Games in Großhalt, sowie Varo halt. Ich denke, jeder sollte es kennen, der uns guckt. Und dann habe ich euch zur Auswahl gestellt, Minecraft Season, das ist ein Projekt, das wir schon mal gemacht haben, nur nicht so intensiv, nicht so lange und nicht so gut. Das ist einfach ein Bauprojekt. Also einfach, wir nehmen einfach auf, wie wir spielen und bauen uns eine schöne Welt zusammen. Einfach ohne irgendwelche Mods, ohne alles. Und das ist auch eigentlich relativ cool, macht relativ viel Spaß. Ich weiß halt nur nicht, wie viel Spaß es euch zuzugucken macht. Deswegen halt diese Abstimmung. Oder als letzte Option einfach weiter jeden Tag BadRoss, stumpf jeden Tag ein BadRoss-Video bringen. Habe ich euch auch noch mit reingepackt. Also da könnt ihr euch entscheiden. Ich bitte euch auch echt einfach auf den ersten Link der Beschreibung zu klicken und diese Umfrage auszufüllen. Denn das dauert eine Sekunde und dann wissen wir, was ihr sehen wollt. Ja, dafür schon mal danke, dass ihr das macht. Und lasst auch eine positive Bewertung da, damit ich sehe, dass ihr euch wieder freut hier auf neue Videos von uns aus Deutschland jetzt wieder. Und ja, keine Ahnung, ich habe wieder Lust drauf. Ich bin wieder motiviert jetzt nach dem New York Urlaub. Ich denke, wir werden auch noch mal über die letzten Tage der Reise reden. Also werde ich reden in dem Video, was Tobi, Flori und ich heute Abend aufnehmen werden. Einfach um euch das ein bisschen zusammenzufassen, weil ich ja keine Vlogs mehr gebracht habe in den letzten Tagen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen dieses kleinen Videos. Und ja, abonniert, wenn ihr Bock habt. Und bitte füllt diese Umfrage aus. Also vielen Dank und bis morgen oder übermorgen. Haut da rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.